So, hallo zusammen. Diesmal geht es weiter mit Statistik und zwar mit ein paar, naja, wichtigen Sachen. Und zwar heißen die Dinger Histogramme. So, was sind Histogramme? Ich fange direkt mal an, indem ich hier einen Vektor erstelle. Den nennen wir jetzt einfach mal x und packen da irgendwelche Werte rein. Und hier ist irgendwas komisches, was soll das? Jetzt. So, sagen wir mal, da sind ein paar Zahlen drin. Zum Beispiel wieder eine Umfrage, wenn ihr so wollt. Eins und... Na, 63 ist vielleicht ein bisschen hoch, da packe ich noch ein Komma dazwischen. So, einfach random irgendwelche Zahlen eingegeben. Gut, und jetzt wollen wir daraus ein Histogramm machen. Was ist ein Histogramm? Es ist eigentlich was total Simples, braucht man aber trotzdem relativ häufig wieder. Vor allem in der Informatik ist es wichtig oder wahrscheinlich auch in anderen Wissenschaften. Da kenne ich mich leider nicht so gut aus. Ähm, und zwar packt man da ganz einfach alles in so eine Art Diagramm. Und, ähm, ja. Ich versuche das jetzt gerade mal hier so zu machen. Mal gucken, was passiert. Ähm, nehmen wir hier mal ein Diagramm. Und nehmen wir das diese Säulen. So, ähm, jetzt muss ich das ein bisschen verschieben, dass ihr das auch sehen könnt. Ich glaube, so seht ihr es. So, ähm, wir wollen jetzt hier natürlich nur eine Sache. Ähm, genau. Und jetzt fügen wir hier einfach quasi unsere, ähm, unseren Vektor ein. Ähm, so, 5. Achso, halt, nee, tun wir nicht. Ähm, das gibt uns ja hier die Dinge. Also, ähm, hier sehen wir jetzt, ähm, wir haben Zahlen von 1 einschließlich jeweils bis 6. So, das heißt, wir brauchen hier noch zwei Kategorien. Mal gucken, ob ich die hier dazu gefügt kriege. Ähm, ne. Ähm, nehmen wir es einfach mal so. Ähm, so. Und dann, wir brauchen bis, äh, 6 Zahlen. So, und jetzt haben wir hier für jede Zahl eben eine Kategorie sozusagen. Jetzt tun wir hier einfach mal die, ach, wobei, wir lassen es einfach so stehen. So, und jetzt zählen wir in der Kategorie 1, wie viele Einsen wir haben. Das ist genau eine. Und der 2 zählen wir, wie viele Zweien wir haben. Also 1, 2. Also 2. So. Äh, in der Kategorie 3 zählen wir die Dreien. Eine wieder. Äh, in der 4 auch wieder eine. Fünfen haben wir 2 und sechsen haben wir auch 1. So. Und das brauchen wir jetzt eigentlich gerade mal nicht mehr. So. Und jetzt sehen wir hier ein wunderschönes Diagramm, das quasi unser Histogramm darstellt. Die Spalte 1 und Spalte 2 können wir hier ignorieren. Ich weiß nämlich gerade, wie ich sie so auf die Schnelle wegkriege. Ähm. So, und ihr seht, das ist eigentlich echt total billig, was wir hier machen wollen. Ähm. Und zwar gibt ein Histogramm genau das an. Wir müssen, äh, in ein Histogramm eintragen, wie viele von dem jeweiligen Wert wir haben. Also zum Beispiel 1 und dann halt nur die 1. Also wie viele 1 haben wir, kommt in eine Kategorie. Wie viele Zweien haben wir, kommt in eine Kategorie. Wie viele Dreien, wie viele Vieren, wie viele Fünfen, wie viele Sechsen. Und da kann man dann halt, ähm, das entweder als Tabelle schreiben oder so als Diagramm hinschreiben. Da sieht man dann halt die Häufigkeitsverteilung. Also hier wäre es jetzt zum Beispiel sowas hier als Häufigkeitsverteilung. Ähm, oftmals konzentriert sich das dann eben so auf die Mitte. Also wenn wir hier jetzt halt die Dreien hier oben hätten, und die Vieren auch, dann wäre das halt hier sowas. Also eine, ähm, ja, so eine Gaussche-Verteilung oder sowas. Das kommt aber alles noch. Also das ist erstmal das, was ein Histogramm kann. Ähm. Und da kann man dann auch mehrere Sachen zusammenfassen. Also wenn wir jetzt hier eben das Ganze auf drei Kategorien zusammenpacken sollen, dann gehen wir hier wieder rein, löschen uns die hier, ähm, wie ging das? Ne, eigentlich wollte ich es noch eins kleiner haben. So, genau. Perfekt. Und, ähm, tun dann hier eben, okay, wir haben nur drei Kategorien, das heißt wir müssen die Einsen und Zweien in eins packen, da haben wir dann halt drei. Wir haben die, äh, die Dreien und die Vieren in einem, da haben wir auch drei und die Fünfen und die Sechsen, da haben wir auch drei. Wie langweilig. Äh, ich bin ein furchtbarer Zufallsgenerator. Ähm, so, und dann sehen wir hier, wir haben eine Häufigkeitsverteilung von einfach, äh, linear, also es ist alles gleich verteilt. Ja, ähm, das kann man natürlich beliebig fortsetzen, man kann das beliebig feingranular oder eben auch nicht feingranular machen, also dass man halt, ähm, eine Million Kategorien hat für überhaupt nur fünf Werte, das ist dann halt Schwachsinn. So, ähm, und das wäre es auch schon zu, äh, ja, Histogramm. Gut, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.